Willkommen zurück auf meinem Kanal. Da ich gestern auf der Gamescom in Köln war und abends erst sehr spät nach Hause kam, gibt es heute mehrere Themen. Also, let's go! Nachdem Laurence Stroll mit seiner Gruppe Anfang August Force India übernahm, erlaubte die FIA nicht den Start am Belgien Grand Prix. Aber laut der Artikel 8.1 und 8.2 des sportlichen Reglements erhält die Mannschaft die Erlaubnis, sich in Racing Point Force India umzubenennen. Angeblich konnte man nicht alle Konkurrenten davon überzeugen, dass das Team Force Indias Geldansprüche übernehmen darf. McLaren zum Beispiel war dagegen. Jetzt aber darf Racing Point die hohen Boni-Zahlungen aus Force Indias Vergangenheit nun doch erhalten. Der Name Force India muss noch vorhanden bleiben, was die Konkurrenten abgestimmt haben. Auch die bisher gesammelten WM-Punkte sind alle gestrichen worden. Obma Schaffnauer wird neuer Teamchef bei Racing Point, während Bob Ferney das Team verlassen muss. Was haltet ihr vom neuen Namen? Meinungen dazu in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema. Valtteri Bottas und Nico Hülkenberg bekommen beide eine Startplatzstrafe zum großen Preis von Belgien. Für die beiden ist es jeweils der vierte Motor in dieser Saison. Daher werden sie vom Ende des Feldes starten müssen. Bottas und Hamilton bekommen an diesem Wochenende den neuen Spec-3-Motor. Renaults Motoren-Update folgt in den nächsten Rennen. Bestätigt sind die Strafen seit heute Nachmittag? In den letzten Jahren haben die Teams immer die Motoren zum Belgien-Rampree gewechselt, weil man dort Prima überholen kann. Eure Meinung zu den Strafen bei Hülkenberg und Bottas in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema. Nachdem Formel-2-Pilot Santiano Ferroce nach dem Silverstone-Rennen von der FIA gesperrt und vom Team Trident herausgeworfen wurde, stellte sich die Frage, ob Haas ihn weiter als Juniorfahrer behalten wollte oder nicht. Gestern kam vom Team die Bestätigung, dass er bleibt. Teamchef Steiner sagte, dass er versucht, sich eine Karriere aufzubauen und sie ihn nicht fallen lassen wollen. Zurzeit fährt er in der Indica-Serie. Richtige Entscheidung von Haas? Meinungen dazu in die Kommentare. Und ab zum nächsten Thema. Anfang August hatte Liberty die Idee, pro Wochenende zwei Rennen zu fahren. Aber diese Idee wurde wieder verworfen und das aus gutem Grund. Die Arbeitsbelastung der Teams soll in Grenzen gehalten werden. Die Bosse möchten ein Grand Prix-Format entwickeln, welches drei Tage Programm bietet und gleichzeitig für die Teams zu bewältigen ist. Eine Überlegung ist noch, die Punkte ab dem 11. Platz zu vergeben. Grund dafür ist das Racing im Hinterfeld. Sie möchten aber auch nicht zu viele Dinge ändern. Eure Meinung zu diesem Thema in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.